Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit meiner reizenden, na jetzt werde ich erstmal angerempelt hier, Assistentin und den Mockface, so. Hallo. Die wollen mir hier schon wieder Kanonenkugeln andrehen. So, machen wir dann hier wieder alle Gehege oder machen wir nur ein Gehege? Ist eigentlich auch Wumpe. Eins. 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 Okay. Oh, sie sagt eins. Ich bin grad nicht in Stimmung für mehrere. Fahne 1 von Projekt Paradies. Okay. Die Testobjekte müssen mit Futter angelockt werden. Bitte füllen Sie die Futtertrüge in den Habitaten A, B und C. Als Wissenschaftler sind Sie sicher in der Lage, die zwei passende Nahrung für jedes Habitat zu entwickeln. Auf mich wird gelasert. Auf mich wird gelasert. Und da haben wir auch nochmal Duftfleisch. 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 Und da haben wir auch nochmal Duftfleisch. Gull, du hättest mir nicht helfen müssen. Gull, du hättest mir nicht helfen müssen. Gull, du hättest mir nicht helfen müssen. Hurschis. Wo seid ihr, lieben Hurschis? Wir wollen doch hier noch ein bisschen schrotlos werden. Wie viel habe ich jetzt eigentlich schon verschossen? Fast nichts. Man merkt. Brauchen vierfach. Ja, vor. Dann nehme ich halt eine andere Leiche. Ich lasse mich doch hier nicht um meinen Säurebetrö... Betrö... Bügen. Jetzt klebt mir die Zunge schon am Gaumen fest. Hä? Hä? Achso. Deine... Ich muss grad sagen, die Leiche hat mich angegriffen. Na, aber... Lass mich da... Achso. Ist ja schon voll. Joa. Zeit haben wir noch? Drei Minuten. Geh drüben noch mal ein bisschen Stunk machen. Okay. Ich komm mit. Da nehme ich nur auf das größere Kaliber raus. Geh drüben noch mal ein bisschen Stunk machen. Stunk machen! Ich lasere zurück hier. Bleiben Sie stehen! Bitte gehen Sie in Deckung! Bis die Gefahr! So. Geh drüben noch mal ein Habitat B hier rüber. Jetzt gehört er aber mir. Schlacke! Noch ein paar Schlacke! Ich bin hier... Mhmm. 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 Du willst auch nochmal? Ok. Eigentlich könnten wir ja hier... Ne? Und so. Greif doch an. Komm her, hier. Wenn du dich traust. Oh. Laser kaputt. Bist du hin hier fallen? Tut mir leid. Ich dachte. Hm 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 hm. Tütütütütütü. Jetzt machen wir ja doch alle 3G-Jäger. Hm, nö. Eigentlich nicht. Aber nachher. Das ist ein bisschen schlimm. Oder? Nö. Schlimm ist ein Fisch. Ich hab jetzt mich nur für die Schlacke entschieden, weil ich hier immer die Viecher spawnen lassen kann. Das ist ja das Gute an der Schlacke, kommen wir immer Maulwurfsraten raus. Laborassistenten werden gebieten, die Fütterungsvorbereitung rasch anzuschließen. Na komm. 5 zu kriegen wir auch noch hin. Ich shoppe meins nicht mehr voll. Ne, komm. Das wäre toll, wenn Formel Q im nächsten Experiment angewendet würde. Ne, Formel Q kann man aber nicht einmal anwenden. Geht doch nicht. Das wollen die doch nicht mehr. Ne, schade. Da hab ich noch Schlacke in den Inventar. Oh, ich hab den Ghul. Laddi. Verbrannter wilder Ghul. Welches Gegel wollt ihr euch denn jetzt treffen? Ich bin bei Hoshi. Bei Hoshi. Phase 2 startet. Beobachtung der Effekte von Formel E auf die Testobjekte. Bitte sorgen Sie dafür, dass diese das Experiment übernehmen. Das heißt, ich suche die Kralle. Die hier schon voll angegriffen wird. Maus, Maus. Oh. Sensorenanalyse negativ. Waffen gesichert. Stand entdeckt Lebewesen. Alarmstufe erhöht. Ah. Wo willst du hin, Billchen? Willst du ein Spielchen mit mir? Verdammt doch mal. Genau. Wir spielen immer Spielchen. Spiele sind was Schönes. Was zum Abschalten. Was war das? Was war das? Beobachtung. Aufgrund des Auspruchs. Das ist doch cool. Wieso? Also ich fühle mich gerade mega entspannt. Kein Stress. Hab meinen Spaß. So, Alpha ist hier ja. Ich glaube, du schleichst nicht, Mausi, ne? Oh, shit. Danke. Der hätte ja jetzt auch ein Bug sein können. Der Ghoul lebt immer noch. Keiner verteidigt den, aber der Ghoul lebt noch. What the hell? Der glitscht bestimmt durch die ganze Gebiete einmal durch. Hahaha. Wollen wir mal gleich gucken, wo denn das große Vieh ist, wa? Mhm. Wir haben nämlich schon mal ein grösses Kaliber hier. Warnung. Eine riesige, bösartige Kreatur nähert sich dem Testgebiet. Lady wird gemacht. Na. Da ist der Ghoul umgefallen. So. Weinen hier. Ja, wir haben den Schieppi. Kirschgehege Schieppi. Will er denn hin? In der Seine Pro. Ja, da muss er seine Waffen reparieren. Glaub ich. Der muss auf Toilette. Oh, ja. Der muss auf Toilette. Und wer ist hier drin? Der muss auf Toilette. Das Experiment ist jetzt abgeschossen. Alle Erkenntnisse von Projekt Paradies. Haben wir ja hier alles. Neue Erkenntnisse dürfte naturgemäß kaum geben. So, sonst noch mehr hier? Ich hab noch Money in dem Lauf hier. So, weil sonst kommt hier... Bala, da kommt ja noch ordentlich was hinter uns. Todeskalle richtig so, was willst du tun? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Ist denn noch ne Ratte? Ja, ist ja gut. C4 ist gut. Okay, bei C4 hängt die Platte. Platte hängt. Und er macht die ganze Zeit so, was willst du, was willst du, was willst du, was willst du? Leg dich nicht mit mir an, leg dich nicht mit mir an. Ach ja. Ach ja. Wir wollen ihn, wenn ihr in Morgentown seid, damit er sich um die Alarme in den Vorratsräumen kümmern kann. Wir wollen aber nicht in den Vorratsräumen gekümmert kriegen, hier. Sorg dafür, dass er nicht zu stark beschädigt wird. Ich hab so schon genug Reparaturen am Hals. So, Probe abgeben. Komm. Schnell ran hier. Ich glaub, da ist ein Ghoul gerade auf die Schnute gefallen. Ja. Er hat nicht geschafft, mich zu erreichen. Armer Ghoul. So, schnell mal hier hinten noch mal das Blei holen. Weil kann und so. Na, jetzt gibt mir das Gewichtchen hier. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. So, schnell hier rüber und wieder alles klein machen. So, dann gucken wir mal. Was haben wir sonst noch offen? Ne, das ist Stahlherz. Können wir eigentlich mal... Halt. Die wichtigsten. Der Campenpark, den hab ich heute noch gar nicht gemacht. Das geht doch nicht. Ich brauch doch Mr. Fuzzy Marken. Da war ich vorhin. Ja, jetzt muss ich da auch noch mal hin. Die guten Mr. Fuzzy Marken holen. So. Na, obwohl. Komm. Da laufen wir mal kurz mal mit dem Plasma durch hier. Schwei, passt. Kein Fusionskern. Können wir weitergehen. Wir haben doch keine Zeit. Wir müssen euch jetzt voll durchhetzen hier. So, haben wir. Next. Oh, hallo. Wollen Sie es noch mal versuchen? Dann schwingen Sie sich mal zu den Wagen. Okidoki, dann legen Sie mal los. So, dann gucken wir mal. Hier mal was ablegen. Hier, was ablegen. Bevor die Rad mich einholen. Der sollte jetzt nicht umfallen hier. Egal. So, leckere Hotdogs. 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 Hey, Sie wieder. Schön Sie zu sehen, Schätzchen. Sie kennen das ja. Fangen Sie an, wenn Sie bereit sind. Ok, Honey. Auf die Plätze. Fertig. Schon mal Würstchen? Los. Ich cheate hier. So. Nächsten. Nächsten Würstchen. Gib mir die Würstchen. Dann gib mir die Würstchen. Na, hier. Vergiss es. Lass mich hier nicht von jedem anrempeln. Call 2 Level Up, ey. Das heißt, ich bin Level Up nach dem Campen Park. Wenn ich den da hinten jetzt getroffen habe, da trage ich mich jetzt mal nicht. Was kann durch alles schießen, ne? Und hier sitzt sogar noch einer. Mensch, der Ärmste. So. Und noch mal. Ausmisten ist schwere Arbeit. Doch Mr. Ausmister macht Spaß. Erleben Sie es selbst. Juhu. Sie haben das Spiel gewonnen. Gucken wir mal, dass wir noch die Daten zusammen kriegen, wa? Viel habe ich ja jetzt nicht mehr offen. Obwohl, umschwärmt. Ne, umschwärmt machen wir zuerst. Test, Test. Ist das Ding an? Ah, es läuft. Hier spricht der Bürgermeister von Grafton. Kneift mich. Unser reizendes Tal hat ein kleines Problem. Mit Klockenklauen. Ich glaube, ich bin schon wieder zu schnell für das Spiel hier. Muss man wohl wahrscheinlich ein bisschen langsamer machen. Ich habe jetzt gerade zwei Level gemacht. Wobei, das eine hatte ich ja schon. Jetzt hast du das gemacht. Ja, ich bin erst 708 gewesen. Und danach hat er jetzt gesagt, so jetzt bis 709. Hä? Ist wieder ein Anzeichen, dass wir zu schnell sind. Ja? Ja. Also. So. alles putt nächste welle haben doch keine zeit wir wollen doch noch die daten sammeln macht doch hin wo lauft ihr rum dahinten lauft ihr rum alle da hinten jetzt rennt ihr wieder hoch das gibt es doch wohl nicht es sich einmal an schießt so noch mal ein leidchen hier und dann gucken wir dass wir wenigstens das jetzt noch mal schnell hinkriegen bevor wir am feierabend knopf drücken heute war maus schlafen will schlafen endlich ich werde von alleine gelassen endlich schlafen da hinten der da sind nur noch ein paar minuten halte durch maus das ende ist in sicht du kämpfst dich doch mal mit denen ding an da und ich meine mir hier mal meine date dann einmal hier hin da holen wir uns gleich das nächste datelchen das nächste daten paketchen die land visiert und im turbo sprint modus in schnell drauf das ist nicht nur ein bildung das ist nur ein bildung sag auf wiedersehen arschloch das ist nur ein bildung ich finde es lustig dass die immer durch alles durchschießen können wir aber nicht nur mit was die cheaten noch viel mehr als wir und zwar die brauchen einen schuss für eine tollwütige maulwurfsratte eine impfopistole draußen ist es viel zu nass so wasserdaten hast du es nicht gehört die leute sagen hier gibt es überall gold hier gibt es überall gold da erzählst du aber was neues doch hier gibt es hier ein gold haben wir schon alles ausgegeben sagen wir jetzt nicht das boden holoband hat nicht gezählt das hat nicht gezählt ich muss da noch mal hin ja das kommt wenn man nicht zu schnell macht dann darf man zweimal laufen das finde ich nicht lustig Mokwil macht wesens neutral ich geh duschen ohne mich kann's damit kommen ja aber ich hab doch das muss er machen nene 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 geht doch nicht kannst ja zugucken das auch noch ohne vorstellung hier schnell rein hier wir haben doch keine zeit mehr hier so nochmal abgeben und vollständig und fertig und drüber nur noch hier drei schießen ich will kommen so und den rest dahinten im käfig lassen wir im käfig dann nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser stelle einen cut und wir sehen uns dann in der nächsten folge hoffen hoffentlich schon wieder also schaltet wieder ein und bis dann schaltet wieder ein und bis denn